gut weiter geht's klicken wir doch noch mal hier hin ich glaube ich habe hier immer noch irgendwas falsch gemacht bei dem monitor was ist denn das band ist das band liegt das band drin ja genau zurückspulen so aufnahme dr fred edison steuer verhandlung bitte kommen sie mit wir würden gerne mal ihre bücher einsehen oben super jetzt hat's geklappt ich wusste doch dass da etwas falsch war so dann spulen wir jetzt zurück schalten jetzt auf das und drücken jetzt play 57 101 999 57 ach ok ich habe dieses dumme ding da immer falsch bedient kein wunder 57 101 909 ok gut ja ok und jetzt ist er fertig alles klar gut stopp also es ist wieder was passiert tentakel wird vizepräsident helme sauer ok so dann wollen wir jetzt gleich mal hingehen dann gucken wir doch gleich mal ob er jetzt unten weg ist jetzt war nämlich auch die steuerfahndung da jawohl er ist weg dann öffnen wir jetzt mal den safe mal sehen 101 999 57 ok ich brauchte es mir nicht zu merken dann nehmen wir den vertrag jetzt mal gucken wir uns den jetzt noch mal genau aus dem ersten teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes genie es scheint nicht aufzugehen gut wenn ich den jetzt äh in die vergangenheit schicke gucken wir mal ob wir ihm ob wir den jetzt in die post geben können ich glaube nicht dass das ohne briefmarke klappt ach ja ok gut also wieder zu bernhard ok und er braucht eine briefmarke gut also wieder zurück aber jetzt sind wir zumindest schon mal ein bisschen weiter gut entwecken wir jetzt den doktor wieder auf ah über den kamin genau da ist ein fenster so ein seil zack nehmen wir doch gleich mal das seil das können wir auch gut brauchen und dann na wie sieht es denn mit dem aus er ist in rotem band eingewickelt hey wo ist er hin da bist du ich kann das bett durch das guckloch sehen na gut so keine zeit für scherze ich muss ihn hier rauskriegen ich habe ihn gerade erst ausgewickelt ach ja komm dann ab durchs fenster so ach ja natürlich jetzt unten stimmt hopp genau unten steht ja auch eine mumie der ist ja wie eine mumie eingepackt so da wunderbar benutze schwingendes seil mit toter cousin so sehr gut dann wieder rein da kamin hoch ziehen wir mal an dem seil ok dann zack nochmal hoch ja und oh nein das spiel hängt hm na komm soll es mal weitergehen hier mit dem spiel ich glaube das war jetzt ein bisschen zu schnell gut machen wir eine kleine pause so 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 Untertitelung des ZDF, 2020